Musik Wo bleibst? Wie, wo bleibst? Ich warte jetzt für das Video Da ist er! Jetzt hat er es geschafft! Das gibt es! Hast es geschafft! Okay, Ladies and Gentlemen Need for Speed, Worlds, Hightower Also Journey Rewind und ich spielen wieder Ah yeah! Deine Karre, meine Karre und Guck dir meinen Arsch an bitte! Guck dir meinen Arsch an! Warte, bleib mal stehen! Ich würde sagen, machen wir schnell einen Donut Das geht mit dem Auto gar nicht Egal! Ja, du kannst! Ja, mach den Donut! Okay, mal gucken, was bist du? Du bist 740a, was bin ich? Hey, ich bin S, Alter! Machst du S, Alter? Alter, ich bin S! 6777! Alter! Da ist immer OP, wenn du was Neues hast, weißt? Oh ja, jetzt schauen wir mal, wie die Karre auf der Straße abgeht Ich muss mir erstmal Zigarette anmachen Auf der Arm 1-337 1-337 Schauen wir mal Das macht dich kaputt! Mit deinem Harp macht dich kaputt! Okay, was geht's denn mit der Karre? Die ist so OP an, ne? Ihr habt keine Chance Und schon bin ich weg, also guck dir das Nitro! Was? Wo Nitro? Alter, ey, die Karre, das ist so gut! Ich hau gleich alles rein, Alter! Alter, das spielt schnell! Ich komm gar nicht um die Kurve! Das ist also mehr als abnormal! Das ist also mehr als abnormal! Holy shit! Ich hab jetzt voll letzter bin, Alter! Also, was geht denn? Oh nein! Alter, geht der Puls hoch, man! Ich hab noch gar nicht mal eine Zigarette gezogen! Du fährst mit Zigarette? Ich will überarschen! Doch! Deswegen bin ich so schlecht! Jetzt hau ich noch den Nitro rein, Alter! Eeeeaaaaaah! Das ist geil, die Karre, Alter! Alter, Michael, voll abgelost! Die Karre ist übel, Mann! Guck, dass du die zwei Mille zusammenkriegst, ey! Ahhhhhhh! Wir haben es voll drauf, Mann! Wir haben ihm Sidekick gegeben, Mann! Yes! Das Video läuft wieder! Willst du noch jemanden grüßen? Den DCK-Clown! Ihr wisst, das ist beste und so! Die Straße hat geändert! Und, ja! Ich mach die Straße gerade jetzt! Hahaha! Mach die Straße gerade! Okay, dann gucken wir mal! Alter, der Sound von meinem Auto! Boah, was geht mit dem BMW, Alter! Cheater! 100 Euro, Alter! Wohl wir fahren ja, wir sind ja alles S-Klasse-Fahrer! Also, das könnte schon... Ich nenn dir aus dem Namen, aber... Ich komm ran, ich komm ran, ich komm ran, ich komm ran! Komm schon, das muss ich mir holen! Oh, ich bin genauso wie er reingerasselt! Scheiße! Ah, ja, ja! Erst in den Verkehr rein! Sehr schön! Ich kann's noch schaffen! Ich kann's noch schaffen! Ich kann's noch schaffen! Abkürzung! Ja! Ist auch alles! Wie? Wo war die Zeit mit den Cheatsen? Ah! Ich kann's noch schaffen! Ich kann's noch schaffen! Business! Nitro! Yes! Oh nein! Es geht ja noch eine extra Runde! Riech! Ah! Und nein, so Epic Fail! Es geht ja drei Runden! Ich dachte so, ich hab's geschafft! Und dann so voll... Mann! Ich hab mich voll gefreut und die Finger von der Tastatur genommen und sag... Oh Mann! Voll Epic Fail! Aber jetzt hole ich ihn mir! Mit einem scheiß billig Autorwander! Ich hatte als Eintritt... Ah! Du bist bestimmt noch der letzte Runde! Was war die anderes? Ja! Ich war als 1-3-3-7 Fahrer... Ja! Letzter Platz war ich! Oh Mann! Oh nein! Ich hab die Abkürzung verpasst! Scheiße! Das kostet mich den Sieg! Das kostet mich den Sieg! Nidro! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Nein! Ich schaff's nicht mehr! Fuck! Ah! Alter! Aber was für ein Rennen, ey! Leck mich am Arsch schon! Leck mich am Arsch! Weißt du? Bei Pimp My Ride so... War dann auch immer das Geile, weißt du? Da hat man voll gemerkt, dass das voll der Fake ist, weißt? Wenn Exhibit halt immer so... Let's go get him! Und dann so voll stylische Szene... Und wenn sie dann hingegangen sind, weißt du? Dann drückt... Überall gibt's Klingeln! Und der klopft halt nur an die Tür... Und die laufen so raus, als würden sie sterben und voll... Yes! Yes! My Pimp Get Pimped, My Ride Gets Pimped und so, ey! Aber jetzt wir beide... Ich will dich jetzt an der Front sehen, Alter! Gib Gas! Ich will alles sehen! Gib mein Bestes! Gib alles! Nein, ich hab den Start verpasst! Kommt wieder schwule... M5 BMW... Glaub ich müsste es sein... Müssen wir jetzt konzentrieren... Holy Shit! Ich fahr einfach oben rum... Ganz gut chill... Ja, daher ist es ganz gut... Die anderen sind alle unten... Alter, du brauchst schon unbedingt gute Sachen... Woah! Holy Shit! Ja, das war nicht so... Amused... Oh! Oh! What the fuck? Das war schon... Nacka! Hightower! Hightower! Oh yeah! Nummer 1! Jetzt war ich mit Nitro... Nein, jetzt so richtig mit Nitro, Alter! So richtig! Oh! What the fuck? Hi! Wie geht's? Oh! Easy! Wir dürfen uns nicht ins Gehege kommen, Alter! Wir zwei dürfen uns nicht... Aufschuldigen! Ich konnte nichts machen! Das war die Kompression in der Kurve! Ich konnte nichts machen! Sorry, Alter! Das war keine Absicht! Bist du noch irgendwo in der Nähe hinter mir, oder? Naja, schon... Direkt! Oh, hinter uns kommt auch noch mal einer! Du musst vorsichtig sein! Den dürfen wir nicht vorbeilassen, Alter! Aber jetzt macht's richtig... Oh! Jetzt macht's richtig Spaß, Alter! Oh nein! Oh! 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 Alter, ich hab... Ich hab's gesehen! Ich hab dann da ein Rückspiel... Bist du jetzt vierter, oder? Ne, was? Ich bin vierter, warum bin ich vierter? Ich bin letzter! Alter, ich bin fünfter! Warum bin ich fünfter? Was ist los? Warum bin ich letzter? Ich bin auch letzter! Wieso? Ich bin letzter! Nicht du! Jetzt... Jetzt stimmt's wieder! Ey, du könnt's nachher im Video angucken! Ich war vorhin letzter gerade eben! Ich bin letzter, Mann! Ne, du bist dritter, steht bei mir! Alter! Ja, bei mir sch... Ja, jetzt bin ich wieder dritter, Alter! Komisch! Das war bestimmt ein Bug, weil's mich voll gedreht hat, Alter! Ja, deswegen wahrscheinlich! Ich hab's mal weggebasht! Ich hab's ja auf Video! Beste, ey! Ich hab's mal weggebasht, Alter! Ich hab mich voll gedreht, Alter! Need for Speed! Bestes Spiel, ey! Ja! Ich hab's weg, weißt? Jetzt bin ich wieder fünfter, Alter! Ich war doch grad dritter! Das liegt, glaub ich, an der Map, ey! Alter! Ja, jetzt bist du wieder dritter! Ich mach extra kein Traffic Magnet! Ich mach extra kein Traffic Magnet! Ich mach extra kein Traffic Magnet! Oh, Nitro rein! Ja! Ich hab auch Nitros drin! Ich komm, ich komm, ich komm! Oh, shit! Ich erscheine, meine ich! Sorry! Scheiße, kann ich ja meine Kippe zählen! Ich auch nicht! Das ist ein gutes Spiel! Das hört man schon an! Du bist zu beschäftigt! Denk an die Abkürzung! Komm gleich! Nach der Kurve! Ah, die Kurve! Ah, grad noch! Ich komm immer näher! Oh! Abkürzung! Ich hab sie gekriegt! Achtung! Ich hab dich angebumst! Danke, danke, danke! Bumms mich! Danke! Von hinter! Alter, was ist da los? Nein! Ich gib's mehr hart! Ich bumms mich von hinter! Komm! Ich hab den anderen hart! Was ist da los, Alter! Oh mein Gott! Ah, yeah! Was ist da los? Ich bin Vierter! Nein! Alter, du musst nachher das Video angucken, was da gerade passiert ist! Das war übel, ey! Nachdem ich dich angebumst hab! Der Master Crash, ey! Ah, ja! Da haben wir 3er gemacht, Alter! Alle 3 zusammen, ey! Ja, geh erst ab, weiss! Wenn ich das mal von hinten kriege, halt! Oh nein! Ich hab einen Crash geschaut! Oh, ein Drackton! Warst du das mit dem Drackton, ey? Ich hab mich verflickt, sorry! Das sind ja 3 Runden! 3? What! Mach keinen Scheiß! Doch! Ah, die sind schon zu weit weg, Alter! Das gibt's nicht! Ich hab sie gekriegt! Was? Fuck! Mann, der Sprung ist immer echt gefährlich hier, ey! Ja, ja, schon! Nein! Oh, fuck! What! The fuck! Alter, du kannst mich doch nicht die ganze Zeit wegbashen, Alter! Jetzt bin ich schon wieder drinnen wegen dir! Ich war's doch gar nicht! Ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir! Ah! What the fuck! Jetzt bin ich vorbei! Nein! Weißt du, wenn's nur 2 Runden werden, dann hätt ich euch alle wegge... und... Ja, meistens ändert sich's denn drinnen, aber mein Auge roch! Ja! Ich... Ich... Ich könnte noch 2 Runden werden, Alter! Ich könnte noch 2 Runden werden, Moment! Ja! Vielleicht schaff ich's! Ja! Perfekter Sprung! Fast! Nee, schaff ich nicht mehr! Scheiße! Aaaaah! Alter, war das ne heiße Runde! Alter! Ich war halt 2 Runden lang erster! Das ist nicht ärgerlich, ey! Scheiße! Nein! Aber ein gutes Video! Willst du noch was sagen zum Abschluss? Fickt euch an, ey! Alter, die Straße ist gerade geworden, oder? Nix, aber überall... 90 Grad!